Mann, der hat mich schon wieder gefegt, ich brauche Karts zum Hicken! Jo, da habe ich was für dich, schau einfach bei als Betrieb vorbei. Da bekommst du gute, günstige Minecraft Art of All Access Accounts, die auch noch auf jedem Server funktionieren. Und mit dem Rabattcode Mike kannst du dir noch 5% Rabatt organisieren. Mike, komm mal runter, komm mal hoch wieder, für die Bombers, bitte. Aber bei der Bett ist noch free, kannst du eigentlich holen. Ich brauch schon mal Picks, ne? Ich... Immer noch free, Mike. Oh, komm Mike, ich weiß. Ja, nice Mike, schön, Clip. Ja, mit Stimme. Oh. Ein Hit. Äh, neuer Bogen, wahrscheinlich 13er. Nein, du hast mich runtergebacken! Oh mein Gott! Hinter dem, Mike. Der Server, ne? Ne, ne, der hat Eisenschwert, das ist der Base-Left. Hinter dem, Michael, das ist der Base-Left, glaub ich. Oh, 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 letzter Ander. Der Server ist so schlecht! Ist jetzt hier eine Federung, das ist ein bisschen leicht. Ja, ist es auch. Haben wir grad reingeschissen. Unten. Lief grad noch mal ein bisschen, Mike, ne? Soll ich jetzt runterkommen? Könntest du, jetzt könntest du wirklich. Warte, warte, warte noch, warte. Der hat da irgendwie einen non-BRC. Ich glaub, der hat da irgendwie drinne. Na, keine Ahnung, die sind direkt unter mir alle. Wir können gleich gut, ähm, nur wenn wir gleich ne AP machen. Die haben vorher ne kleinen AP. Jetzt, Heli, jetzt! Komm, komm, komm! Bei mir ist wer, Bro! Direkt am Yakuza ist wer! Hoffen die das? Hä? Nice! Hä? Digga, ist doch echt close. Ey, wer ist los? Ey, wer ist los? Ey, Achtung! Down! Noch ein paar, mit dem Team wieder. User entered your channel. Ja, genau. So, rasch deine Base, damit die Kran und sich first rushen. Stabil? Reftiger hat komplett gut am Pyxway. Haben beide vier Shots. Der eine fünf Shots, andere auch fünf Shots. Und der sechs Shots, der andere down. Wurde Luft gefressen. Kannst du die Leiter da stehen? Oder kannst du die Leiter im Replace erst da ran schrecken? Ich schieße einfach, Werner. Vielleicht trifft hier einer in der Base. Oh, hast du mich getroffen? Ich hoffe, ich stehe einfach. Ey, bitte, die Leiter, du hast die Leiter abgebaut. Willst du mich verarschen? Komm aus, wenn der Typ da oben ist. Wissen der. Ey, Mike, hast du irgendeinen Leiter oder so? Ich will ran. Hier steht der Leiter, komm. Wo ist der Typ? Ey, OP weg. Wo OP weg? Ja, OP, OP, OP. Ja, ich hab mich umgebracht. Ich bin auch durchgebracht. Ich hab mich umgebracht, Dings. Dann musst du jetzt auch im Krieg setzen. Ey, hinten kommt einer hoch. Den kann ich, glaub ich, nicht treffen, Mike. Das ist der Office-Tweeter, ne? Das da oben ist der Office-Tweeter. Willst du einen eben zum stärker poppen? Der Office-Tweeter. Stark, Mike. Oh, trotzdem, Lecker. Ey, was war mit der Typ der hoch? Fuck, Office-Tweeter. Was denkt der sich? Schreibt doch mal in den Chat, was ich dir per MSG schreiben soll. Ey. Wegen denen ist das Ding gebrannt, wegen den Schuppen. Nein, schreib ich gar nichts. Warum ist Justin wegen denen gebannt? Er hat halt diesen Messenger geschrieben. Irgendwie, Ohio-Send-News-Clan. Hä, doch nicht wegen den, du Losti. Das hat gar nichts mit dem Ohio-Clan zu tun. Ja, warte, bist du lost. Hallo? Du bist mir nicht klar, aber was hast du? Nein, du bist so lost. Ah, ha, 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 ha. John ist ja egal. Noch John ist ja egal. Hey, das ist ja Ohio-Clan, oder? Klar. Eben. Ist doch schon längst down, Dinger, die halben Hemden. Was ist denn mit dem? Ist denn blind hier, Dinger? Oh, war cool. Hinter sich. Dinger, scheiß Navy. Der war plötzlich. Ja, warte kurz. Jetzt, bitte. Ja, ich muss einen aufnehmen. Ah, er überlebt auf Sega wie Lucky. Ah. Er ist so gottverdammt schlecht. Wann durch? Wann durch? Wann durch? Wann durch? Wann durch? Ja, aber ich krieg den nicht. Hast du mir die gegen? Das Wandhit nämlich, ich hab äh, Kano, und bezig denAddivity gegeben, oder? Junge, nein. Is das nicht gemacht? Wat macht ihr denn? Kali? Er hat die letzte zweites Bett, dann habt ihr's. Kann ich rush nicht mit dem Wapport? Die wollen sich immer gegenseitig im Bett ein. Einer genockt. Einer ist am Bett eingebaut. Ach Junge, ich schwöre. Ist der noch ein Beherzig? Ja. Alle außer Watcher. Wollen wir mal die Ohio-Taktik machen? Also einer ist am Bett eingebaut. Einfach mit einem so Staff und Slime-Blöcken rushen. Der ist hinten noch eingebaut. Digga, da werden ja alle Colac genagelt. Bau dich am Bett ein, bau dich ein. Pff, jetzt fertig. Der ist das Bett noch weg. Digga, das war Colac krank. ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.